Die Deutschen werden immer reicher, einige jedenfalls. Wie misst man eigentlich Reichtum und ab wann ist man reich? Ich spreche mit dem Soziologen und Reichtumsforscher Prof. Dr. Wolfgang Lauterbach. Ich lande also am Flughafen in Frankfurt und finde das hier. Euer Reichtum auf unsere Kosten. Euer Reichtum auf unsere Kosten. Ist das nicht ein bisschen unfair? Ja, natürlich ist es unfair. Aber über das Thema Reichtum wird in diesem Lande sowieso sehr unfair diskutiert. Reiche sind eine Gruppe, über die man wenig weiß. Aber Reiche sind eine Minderheit in dieser Gruppe, über die man nichts weiß. Und das ist eine komische Geschichte. Man weiß über Minderheiten in diesem Land immer extrem viel. Aber über Reiche weiß man gar nichts. Und das ist der Punkt, warum ich mich auch damit beschäftigt habe. Und das ist auch der Punkt sozusagen. Man hat über diese oberen 1,2, 1,8 Prozent oder man kann auch sagen über die Milliardäre. Das haben wir jetzt, nach dem letzten Capgemini-Bericht, haben wir 180, 200 Milliardäre, die darüber sind. Dann haben wir 1.500 bis 1.800 Millionäre, die über 10 Millionen haben. Aber das sind Begriffe, die eigentlich jedem normalen Menschen, der auf der Straße läuft, zum Nachdenken anregen müssen. Wer ist eigentlich reich? Wie misst man das? Also Günter Jauch produziert auch ab und zu malen Reichen mit einer Million. Aber ich meine, jetzt lebe ich schon lange in Amerika. Fast 30 Jahre. Und man sieht das im Übrigen auch im Fernsehen, dass Reichtum bei uns ganz anders betrachtet wird. Bei uns kommt in den USA Reichtum mit etwas Faszinierendes. Da liegt eine gewisse Bewunderung drin. Und auch wenn der American Dream schon längst nicht mehr das ist, was er einmal war. Dieser Gedanke, man könnte die Opportunität haben, dahin zu kommen. Also Reichtum wird anders betrachtet. Warum hat man das Gefühl, dass in Deutschland Reichtum schon fast als etwas Unanständiges gesehen wird? Ach, wenn man in die Geschichte zurückgeht, dann sieht man, fangen wir mal mit dem Zweiten Weltkrieg an. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Geschichte danach, spielte das Thema große Ungleichheit, Reichtum und Mittelschicht, Mittelstand überhaupt keine Rolle. Da war man eher das Gegenteil. Man war ja stolz. Und Sie kennen alle die Geschichten der Fuhrunternehmer, der mit einem Pferdewagen anfing und heute 800 LKWs zu laufen hat und Millionär oder Milliardär geworden ist. Und auch viel Risiko eingesetzt hat. Und viel Risiko. Das ist allen bekannt. Das ist Herr Kühne bis hin zu den lokalen Unternehmern hier in Frankfurt, die vielleicht nur 350 LKWs haben und 700 Angestellte. Das ging bis in die 90er Jahre. Da war das Thema nicht existent. In den 90er Jahren kamen die ersten Berichte von Banken auf, die sich damit beschäftigten. Was macht eigentlich der Unternehmer mit seinem Betrieb? Kann er ihn vererben? Gibt es einen Erbe? Gibt es eine Erbin? Wer ist das denn in dieser Familie? Und dann tauchten die ersten Schätzungen auf. Und das war das erste Mal, dass das quasi in die Öffentlichkeit rückte? Da war das das erste Mal. Und die ersten Schätzungen gingen dann auch los. Ja, in den nächsten zehn Jahren wird man 13 Milliarden Euro transferieren, die nächste Generation. Das war das große Thema. Dann kam sozusagen die Bankenkrise. Dann ging das weiter mit der ganzen New Economy. Und dann tauchte auf einmal eine neue Gruppe von Menschen auf, die man in der Öffentlichkeit wahrnahm. Das waren vor allen Dingen Manager. Die rückten in die Öffentlichkeit. Der Unternehmer rückte nach hinten in die zweite Reihe. Und das wurde dann konnotiert mit einem exorbitanten Ungleichheitsaspekt. Und warum? Weil natürlich der Manager nicht mehr das Vier- oder Fünffache des Durchschnittseinkommens einer Person verdiente, die in dem Betrieb tätig war. Sondern das stieg dann auf das Sechsfache, auf das Zwölffache bis hin zu dem Sechzigfachen. Und dann tauchte eine Frage auf, wie lässt sich denn das Ganze legitimieren, diese Differenz zwischen CEO und dem normalen Mitarbeiter in dem Betrieb. Und hier tauchte dann auf einmal so ein negativer Aspekt auf. Aber ist es nicht ein Stück weit absurd? Sie sprechen kühne und nagel an. Hier haben wir es mit einem Unternehmer zu tun. Und viele Unternehmerfamilien sind ja wirklich reich und wohlhabend geworden, bis hin im Prinzip durch das Wirtschaftswunder hinweg in den 50er, 60er Jahren. Aber Unternehmertum bedeutet Risiko eingehen, Verantwortung eingehen. Und im Übrigen haben ja die Unternehmer, gerade der deutsche Mittelstand, ist ja maßgeblich dafür auch verantwortlich gewesen, dass wir in Deutschland noch sehr gut auch durch die Finanzkrise durchgesegelt sind. Ist die Art und Weise, wie wir mit Unternehmern umgehen, nicht unfair? Also wir sind hier in Frankfurt und man sitzt hier mit jemandem am Tisch, der an der Börse arbeitet. Das ist ein ganz anderer Blick. Ja, aber ich bin armer Journalist, mein Gott. Aber man sitzt hier in einem Gremium unter Personen, die diesem Gedanken des Unternehmertums sehr offen gegenüberstehen. Gehen wir mal in die Zeit zurück und fragen uns mal. Na ja, der erste Armuts- und Reichtumsbericht hatte von der Bundesregierung aus 300 Seiten. 270 Seiten gegenüber Armut und 30 Seiten gegenüber Reichtum. Dieses Verhältnis war eklatant. Gut, es ist ein politisches Ziel, dass man Armut bekämpft. Von daher ist der Anteil, kann er durchaus deutlich stärker sein. Aber dieses Verhältnis 270 zu 30 ist schon sehr auffallend gewesen. Mit dem Begriff Reichsein und Reichtum, die leben auf unsere Kosten. Reichtum verschleiert eigentlich, wer sich dahinter verbirgt. Hinter diesem Reichsein. Einer der ersten Befunde aus meiner ersten Studie, die ich gemacht habe, 2014, da kam etwas sehr klar heraus. Reich sein ist damit verknüpft, dass ich Vermögen habe. Wer hat Vermögen? In der Regel 98 Prozent aller Unternehmer. Also das Ergebnis mag banal klingen. Aber wenn ich so will, jemand, der erwerbstätig ist, kann nicht reich werden, sondern es können nur Personen reich werden, die das Risiko eingehen, von dem Sie sprechen, und tatsächlich ein Unternehmen gründen. Und dieser Befund, der hat uns getragen bis in die jüngste Studie hinein, wo wir nochmal sehr genau untersucht haben, welche Unternehmer sind das denn? Also in der zweiten Stichprobe, die wir gezogen haben, haben wir Personen interviewt, die eine Million Nettofinanzvermögen haben. Also eine Million schnell transferierbares Geld, Aktien, Geldbestände, Autos, kein Sachvermögen, kein Betriebsvermögen reingerechnet, kein Eigentum reingerechnet. Und dann sieht man auch hier, es sind zu 60 Prozent Unternehmer und innerhalb dieser Gruppe, dann sind es nochmal ungefähr 35 Prozent Familienunternehmer. Jetzt haben Sie Unternehmer, die aber natürlich, wie gesagt, Risiken eingehen und auch ihre Konzerne aufgebaut haben, durch die Finanzkrise auch gut durchgeführt haben, Leistungsträger eigentlich der deutschen Wirtschaft und auch diejenigen, die natürlich auch für Wachstum mit sorgen in dieser Nation. Ist es nicht auch gefährlich, wenn man im Prinzip diese Leistungsträger und diese Unternehmer Deutschlands quasi angreift und vergisst, hervorzuheben, dass eigentlich unser Wachstum auch darauf basiert? Ich persönlich, das ist auch ein Anliegen von mir und das haben wir auch in einigen Publikationen sehr deutlich gemacht, es ist frevelhaft, wenn ich sozusagen diese Gruppe so angehe, also mit negativen Attributen. Also der Unternehmer ist ja, das war, Sie haben jetzt von Risiko gesprochen, jemand, der es gut schaffte, über eine Krise hinwegzukommen. Ja, was unterscheidet eigentlich ein Unternehmer von einem normalen in der Bevölkerung? Wir haben mehrere Sachen publiziert und in der Wissenschaft gibt es so ein Konzept, das heißt Big Five, die großen fünf Attribute, die man nutzt, um Persönlichkeiten zu beschreiben. Ja, was Verlässlichkeit, Extrovertiertheit, Introvertiertheit, Oberflächlichkeit sind. Und eines kommt immer sehr deutlich heraus. Unternehmer sind zu einem sehr, sehr extrovertiert. Sie kämpfen, sie sind aggressiv. Aber jetzt vermitteln Sie einmal an bestimmten Gremien, dass Aggressivität eigentlich etwas Positives ist. Aggressivität heißt eigentlich Durchsetzungsvermögen. Und jede Familie sollte daran Interesse haben, dass ihre Kinder sich durchsetzen können. Jeder Unternehmer muss sich durchsetzen können. Das ist das eine. Das zweite ist, Unternehmer sind risikobereiter als der Durchschnitt der Bevölkerung. Also wir haben die eine Studie genommen und haben sie gematcht mit einem großen sozioökonomischen Panel und haben dann gesagt, naja, wir nehmen mal diejenigen, die wir bezeichnen als die normale Bevölkerung oder die Mittelschicht, die so um 70 Prozent vom Medianeinkommen haben bis 150 Prozent und stellen denjenigen gegenüber die ganz Reichen. So, sie sind risikobewusster, sie sind mit dem Geld risikobewusster und vor allen Dingen sind sie risikovoller bei ihrem beruflichen Werdegang. Sie brechen eher mal mit etwas, sie setzen sich für etwas ein. Und da ist die normale Bevölkerung doch deutlich zurückhaltender. Unternehmertum ist ja im Prinzip auch ein bisschen das Kämpfen für Freiheit. Also Freiheit kriegt man nicht geschenkt, dafür muss man kämpfen. Das ist Durchsetzungsstärke, das ist Leistungsstärke. Kollidiert das mit dem Gedanken der Gleichheit? Freiheit auf der einen Seite, Gleichheit auf der anderen Seite? Gesellschaftlich gesehen? Ja, das kollidiert. Also es gibt vom Allensbacher Institut für Demoskopie am Bodensee unten einen sogenannten Freiheitsindex. Und der Freiheitsindex, der wird seit den 50er Jahren erhoben. Und da steht immer zwei Aspekte im Vordergrund. Wie sehen Sie in Ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang die Bedeutung der Freiheit und wie stehen Sie zum Terminus der Gleichheit? Und das Verhältnis war ungefähr immer 70-30 pro Freiheit. Das war das alte Handtuch Westdeutschland. Durch die Wiedervereinigung sind 18 Millionen, 19 Millionen Bürger dazugekommen. In den ersten Jahren, Anfang der 90er Jahre, war ein deutliches Sichtweise zugunsten der Freiheit, was sich jetzt aber zunehmend entwickelt auf eine Aspekte, dass die Gleichheit stark nach oben geht. Also wir haben mittlerweile nicht mehr 70-30, sondern ungefähr 60-40. Freiheit ist nach unten. Gleichheit wird viel stärker gesehen. Und die Menschen schätzen die Gleichheit mehr als die Freiheit. Und damit auch verbunden eine stärkere Einkommensvarianz, eben damit auch das Zustandekommen von Reichtum, von Vermögen. Aber was bedeutet das für eine Wirtschaft wie Deutschland? Wenn der Freiheitsgedanken nachlässt, also dieses, ich will groß hinauskommen, ich will viel erreichen, ich will viel Geld verdienen, sagen wir es mal so, und auf der anderen Seite, und dafür auch was leisten, und auf der anderen Seite nimmt der Wunsch nach Gleichheit zu. Bedeutet das in der Konsequenz nicht, dass wenn Aggressivität und Unternehmertum nachlässt, dass das Wirtschaftswachstum in einer angstgeprägten Konjunktur, einer Konjunktur der Gleichheit, dass dadurch das Wachstum auch in Deutschland und die Innovationskraft von Deutschland ausgebremst wird? Ich würde dem zustimmen. Deutschland ist ja das Land, was international gesehen immer verbunden wird mit dem Begriff German Angst. Das ist nicht übersetzt, einer der wenigen Wörter. Nein, genauso wie Kindergarten nicht. The German Angst ist etwas, was allgegenwärtig ist und was uns sehr, sehr viel, was häufig Familien prägt, was häufig ältere Personen prägt. Und dieser Angstgedanke ist gekoppelt mit einem extremen Sicherheitsgedanken. Wir sind die Weltmeister im Versichern. Die Münchner Rück, die Allianz, sitzen alle in Deutschland die größten Versicherungsunternehmen. Gut in Forschung. Ja, aber man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass sich das jetzt ein Auswirkung wird, dass das Wirtschaftswachstum sinkt. Aber wir müssen schon an zwei Stellschrauben ganz klassisch arbeiten. Einmal in der Schule muss man den Kindern ganz stark Unternehmertum beibringen. Also das, was die Amerikaner zum Beispiel machen, Kinder müssen, während sie in der Schule sind, in der Sekundarstufe 1, müssen sie Unternehmungen unternehmen. Also du bekommst einen Dollar und es wird derjenige prämiert, der am Nachmittag oder zwei Tage später mit dem größten Geld zurückkommt. Du kannst jetzt zwei Dollar draus machen, du kannst einen Dollar verlieren, du kannst auch 100 draus machen. Also solche Wettbewerbsgedanken, die sind relativ klug, sie an dieser Stelle quasi anzusetzen. Und was man auch braucht, man weiß, dass man an Universitäten relativ viel Wissen hat. Was wir nicht hinbekommen, ist, das Umzusetzen an manchen Stellen in unternehmerisches Handeln. Also wir wissen auch, wenn wir Risikokapital einsetzen, dann gehen in der Regel von zehn Firmen, die man fördert, sagt man immer, eine Firma muss sich rentieren, dann lohnt sich das gesamte Investment. Wir wissen aber auch, naja, in der Regel sind von zehn Firmen nach fünf Jahren, leben nur noch drei bis vier. Das heißt, fünf bis sechs sterben. Und das ist relativ gut erwiesen, aber den Mut zu haben, das zu machen… Und ist Amerika fast gewünscht, muss man sagen. Das ist in Amerika gewünscht, absolut. Bei uns ist es absolut nicht gewünscht. Bei uns wird es gedeckelt und bei uns wird es dann, ach, du bist gescheitert, ganz klar. In Amerika ist es genau umgekehrt. Sie haben vorhin mit Silicon Valley gesprochen, wo das Scheitern dazugehört. Jetzt riecht ein Spieß mal um. 65 Prozent des Reichtums, also Reichtum in Deutschland, entsteht heute überwiegend durch Erben und Schenken. Jetzt kann ich hingehen und sagen, ich nehme den Reichen mehr Geld weg. Oder ich kann mir auch die Frage stellen, warum ist es eigentlich so verdammt schwierig geworden, in Deutschland wohlhabend zu werden und Reichtum aus eigener Kraft aufzubauen. Also eine so starke und leistungsstarke Wirtschaft wie die deutsche müsste doch eigentlich in der Lage sein, viel mehr Millionäre zu schaffen, als das, was wir aktuell sehen. Vielleicht im Vergleich zu den USA. Also ein Ziel war auch diese Arbeit, was hatte ich vorhin formuliert. Der Begriff des Reichtums ist eigentlich ein Begriff, oder wie er auch in den Medien verwendet wird, der unglaublich verschleiert. Wer ist eigentlich reich? Was ist Reichtum und was ist eigentlich Reichtum? Also das erste Mal, ich spreche in der Regel hier über materiellen Reichtum und nicht über persönlich subjektiven Reichtum, also über Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit in verschiedenen Bereichen. Das nicht. Aber wenn Sie sich materiellen Reichtum angucken, dann findet man in der Literatur, ja, uns allen sind die großen Namen bekannt. Bill Gates, Jeff Bezos, Kühne, die Quanz, das sind alles die Personen. Aber jetzt sind das wieder nur Personen, die wir an zwei Händen abzählen können. Wir sollten, glaube ich, sehr wohl damit umgehen, dass Reichtum unglaublich verbunden ist mit Vermögen. Und Reichtum kann nicht aufgebaut werden auf Einkommen. Also wenn Sie Berichte lesen oder Schriftzüge lesen, dann früher sagte man, basierend auf der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, naja, wer das Doppelte des Durchschnittseinkommens hat. Das Doppelte des Durchschnittseinkommens sind 60.000 Euro. Und damit werden Sie in Frankfurt nicht weit kommen, unter Umständen. Ja, genau. Und damit kommt man überhaupt nicht mehr weit. Aber das wurde früher als reich bezeichnet, noch beim ersten Armuts- und Reichtumsbericht. Dann gingen einige Autoren so weit zu sagen, das ist Dreifache. Was aber keiner gemacht hat, ist, der das Vermögen mit einbezogen. Und es gibt eine gestaffelte, eine Leiter quasi nach oben. Sie können sagen, naja, die Wohlhabenden sind die über 200, über 300 sind sehr Wohlhabende. Und dann geht es ganz rauf bis zu den Milliardären. Aber dazwischen haben Sie auch Gruppen, und das haben wir in unserer Studie auch gefunden, wer ist denn erwerbstätig und reich? Das sind vornehmlich Personen, die Immobilien geerbt haben. Wer in Frankfurt, in München, in Hamburg an bestimmten Stellen mehrere Miethäuser hat, der ist eigentlich reich. Weil er kann sich loskaufen von der Notwendigkeit, erwerbstätig sein zu müssen. Ich möchte ganz gern noch mal zu zwei Punkten zurückkehren, weil uns rennt die Zeit davon. Das Vermögen von Jeff Bezos, das Vermögen von Mark Zuckerberg, ist weit nach Ende des Wirtschaftswunders entstanden. Also hier haben wir Persönlichkeiten, die in ihrem Leben und auch in ihrem sehr jungen Leben extrem Vermögen aufbauen konnten. Wäre so etwas in Deutschland möglich? Ich würde sagen, nein. Und zwar, wenn man sich das anguckt, wer ist denn groß geworden? Das sind die Samware-Brothers von eBay beispielsweise. Die sind relativ groß geworden. In Deutschland gibt es ein anderes Wort. Das kommt aus dem Unternehmertum. Wir sind ein Land der Hidden Champions. Das heißt, wir haben ein ganz starkes Familienunternehmertum oder ein Unternehmertum im Mittelstand mit bis zu 2.000, 3.000 Mitarbeitern. Aber in Deutschland ist man sehr gut darauf spezialisiert, und das können wir auch weltweit sehr gut, in einem mittleren, unteren Segment anzusiedeln. Aber dieses ganz große Denken, was einige Unternehmer haben, beispielsweise die, die Sie gerade genannt haben, dieses große Denken ist in Deutschland so nicht verbreitet. Weil ja ironischerweise, wenn man sich mal mit den Hidden Champions auseinandersetzt, realisiert, dass Wow noch nie gehört, Weltmarktführer. Und das finde ich beachtlich für Deutschland. Letzte Frage. Vermögenssteuer. Wenn 65 Prozent vererbt wird von Vermögen, ist das sinnvoll? Und wenn, zu welchem Ausmaß? In unserer Untersuchung hatten wir viele Unternehmer dabei, wenn man sie fragt, sind die Steuern in Ordnung, die Vermögenssteuer, so wie sie ist, oder könnten wir sie einführen, erhöhen. Ja, es ist okay, ein bisschen mehr wäre auch okay. Also es geht ja immer um das Privatvermögen. Es geht ja nicht um das Betriebsvermögen, um das Anlagevermögen. Und bei dem Privatvermögen gibt es dann natürlich immer das Problem der Schätzung. Was ist das Gemälde? Was ist das gerade jetzt wert? Aber insgesamt gibt es ja auch eine starke Bewegung von einigen, die sagen, ich bin reich geworden, ich kann eine höhere Steuer bezahlen. Ich mag den Begriff nicht, ich gebe was zurück an die Gesellschaft. Weil diese Personen haben extrem für die Gesellschaft was geschafft. Sie haben Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Warum soll man was zurückgeben? Das wird immer mit dem alten biblischen Zitat verbunden. Er kommt ein Kamel durch das Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Man ist immer eher so sehr, sehr bescheiden bei uns in Deutschland, aber zurückgeben muss von diesen Reichen. Würde denn durch eine solche Steuer tatsächlich die Ungleichheit reduziert werden? Nein, die Ungleichheit würde damit kein bisschen reduziert werden. Das ist ein politisches, symbolhaftes Handeln einiger Vertreter bestimmter Parteien. Aber der großen Bevölkerungsgruppe würde das einmal vom Umfang der Steuer her nichts bringen. Und dadurch würden wir auch kein bisschen mehr Kreativität oder kein bisschen mehr Unternehmertum innerhalb von bestimmten schulischen oder Bildungs- oder Sozialisationsprozessen schaffen. Hochinteressant. Die Zeit rennt uns davon. Ich bedanke mich herzlich, Herr Professor Lauterbach. Dankeschön. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.